Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Äh, wir müssen hier erstmal raus. Weil wir haben jetzt Aufgaben und ja, ich würde sagen, das Abenteuer Zion kann jetzt mal so richtig losgehen. Wir haben einen Händler, wir haben viel Zivilisation hier eigentlich. Das unterscheidet sich total von den anderen DLCs, finde ich. Und ja. Mal gucken, was ist am nächsten von den drei Quests. Das ist ziemlich weit weg. Da wir auch irgendwie so nur so, äh... Äh, nicht so ein begrenztes Zeitfenster heute alles haben, sondern dass alles ganz offen und frei ist. Äh, hier ist ein Gegner. Ich habe keine offene Hand. Äh, da das alles offen und frei ist, ähm... Ist das Gute, dass ich auch... ...wirklich je alles jetzt erkunden kann. Ich finde es ja schade, dass man keine Erfahrung mehr kriegt. Was ist denn mit dir los? So, wir wären übrigens zum Heilen. Zumindest ist das meine, äh... Intention. Versuchen erstmal keine... ...Stimpegs zu nutzen, sondern nur Nahrung. Hä? Äh, da ist der Gekko... Ich habe so eine geringe... ...Ziergenauigkeit nur, ne? Erwischt! Äh, oh! Das wundert mich so. Ich kann nichts so nymphlich anvisieren. Gekkofleisch. Okay. Das, äh... Naja. Hallo! Kotzt der mich an? Was ist denn mit dir, Falk? So, oh, das ist... Das sind viele... ...verbotene Zeichen. Ranger... Was? Munition. Das war also ein hoher Punkt, anscheinend. Okay. Ja. Wahrscheinlich mit einer der höchsten Punkte überhaupt. Dahinten ist noch so einer wahrscheinlich. Da ist es ein bisschen höher noch. Aber das ist so einer der höchsten Punkte, wie es aussieht. Äh, wir gehen aber weiter. So wie ich es gehört habe, hat Salz in der Wunde alle in Neukanaan abgeschlachtet... ...und ihre Leichen an die Klippen genagelt. Aha. Ich habe keine Ahnung, wo hier jemand ist. Äh, diese Opendienfrüchte wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ne, wann habe ich mich mal gebrochen? Wow, wow, wow. Wie komme ich denn da runter, ohne zu sterben? Ich kann mich klar über irgendwelche Bugs... ...et... ...jo. Äh, Bugs und so da, da runter... ...äh, schieben. An der Wand, aber... ...das ist eigentlich nicht so, wie ich das haben will. Was ist da für ein Gegner? Ein Hund. Ein Koyo... Ein Weißbein-Mischling. Was habe ich denn für eine kackige Genauigkeit? Was war? Hallo? Alter, ist das dieses Nahkampf-Ding, was Wewone-Kammer hatte? Dieses etwas übertriebene? Okay, ich habe keine Muni mehr. Schreckenhandschuh. Feuerwehr-Achse 740. Alles klar. Äh... Ich werde mich versuchen, übrigens nur von diesen Bananen zu ernähren. Also, ernähren im Sinne von heilen. Old Rock-Brücke. Ja, das ist das, wo ich hier anscheinend gerade drauf bin. Aber Brücke ist gut, weil Brücke heißt... ...Fluss. Äh... ...deutet. Wir könnten hier... ...ganz vernünftig und ohne Probleme zum... ...Wrack kommen. Zum Wrack von dem Buster. Das wäre mal was. Ja. Können wir... Da ist noch ein Gegner. Was seid ihr? Fische? Ne, ihr seid... Äh, diese Ratten. Was ist das denn für eine Genauigkeit? Diese Genauigkeit existiert ja quasi nicht. Siehst du das? Darum sind die eigenen Füße besser als jeder Wagen. Egal ob von Tieren gezogen oder selbstfahrend. Und was soll ich genau sammeln? Was war das? Äh... Nach einem Kompass. Ah ja. Da ist er. Äh... Kompass reparieren. Kompass-Sensor-Modul. Ja, das war's. Oder wie? Yo. Äh... Dann mache ich das jetzt als nächstes. Genau. Von diesem Berg oder was auch immer da aus. Da fällt mir ein, wenn jetzt gerade Nacht wird. Ist da oben ein Bett? Nein, da war ein Park-Ranger-Hut. Hier ist kein Bett. Ihm... Das Gelände ist so ein bisschen unwegig, finde ich. What is this? Diese Stelle, ne? Nur dieses Zirpen im Hintergrund. Boah, das mag ich ja. Aua. Wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich? Äh... Das sind... Weiß ich nicht, wie viel das hilft. Das ist ein Stein im Wasser. Pass gut auf. Hier gibt es viele Riesenameisen. Wir nennen sie Picknick-Killer. Keine Ahnung, was das heißt. Ne. Keine Muni mehr. Äh, aber ich habe doch diese Waffe. Wer ist denn da oben? Und schießt. Was sind die für Sachen in der Nähe? Ich werde es auch mal gerade wissen. Der Ameisenbau... Wo ist jetzt der blöde Ameisenbau? Kann ich da rein? Nö. Das ist natürlich auch gut. Eine Jucca-Banane. Das Ding sieht auch so aus, als würde ich das selber essen wollen. Gut. Gut. Ja, finde ich auch, dass das gut ist. Äh, und was war jetzt das andere? Ach, dieser Lagerplatz hier. Oh, hier ist der Schlafsack. Oh, ist das geil. Auf dem Campingplatz. Ja, nee. Geil. Das freut mich gerade. Nice. So. Es fängt anzurechnen. Das war eigentlich so offensichtlich. Äh... Oh, Volksgeld. Gibt es auch noch hier? Jetzt sieht es aber laut. Nice. Achso. Ja, die da hinten... ...werde ich wahrscheinlich am ehesten mit einer Feuerwerksbesiegen, weil... ...da verbrauche ich keine im Uni. ...ja, richtig. So ist das nun mal. Diese Lautstärke ist ein bisschen, äh, zu laut. Alles klar. Hört nix, man sieht nix. Ich glaube, ihr hört mich selbst nicht, ne? Kann das sein? Hallo. Uah. Uah. Scheiße hat er viel... da ich aber jetzt gleich weiß dass dieser geko kommt oder sind zwei manchmal kann man das auch so ich will immer gucken ob ich wenn ich hier irgendwo lang geht da ist die brücke das weiß was ich übrigens sehr 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 feier dass der mir über fast alles irgendwie so eine kleine geschichte erzählt das liebe ich ja wenn man über jede sache so mini details erfährt links von uns okay die welt pflanzen und die grünen monster menschen stammen nicht aus zion ich frage mich wo sie wohl herkommen ja wahrscheinlich da ist der eingang nice ich kenne ja auch noch aus vordat 3 daher speichere ich lieber ich habe keine schall gedämpfte munition also ohne jahr bei höhle die die haut zittert ein bisschen ich glaube hier wurden sie zum futtern vergeben hatten wir war das in vordat nievegas schon bin ich mir gerade nicht sicher die todes krallen höhle entweder was in vordat nievegas oder vordat 3 ja gut andere vordat teile habe ich nicht doch ich habe vordat 4 gespielt aber da ist so eine höhle nicht oder ich wüsste es zumindest nicht ich habe schritte gehört ganz sicher nicht von mir stammen das sind ja auch bei so dann geht es hier runter aber den ölbild nehme ich mir gerade nicht wieder mit da unten ist er hier ist ein schwebender schädel ich weiß nicht wie schnell ja auch bei schwimmen können deswegen beunruhigt mich das ein bisschen ich kann also endlich all die verbotenen plätze erforschen ohne dass die anderen späer mich sofort anschreien ich kann es kaum erwarten ja da hinten sind blutspuren da hinten sind blutspuren okay alles oder nichts ich dachte schon wenn wir über unsere eigenen gehen das dann sie mir in die augen kleines und ich würde sagen wir haben alles erwischt nicht schlecht gut das sagt mir noch die gefahr das ist natürlich nicht gut äh 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 oh oh der eieieiei eine waffe geht allerdings auch ab puh das war immer ein trip würde ich behaupten doch also das war ein trip 3 ja und die sagen ha die sind nur musikbar und wir ha ne es waren voller nie weg mit der todeskallenhöhle fällt mir gerade ein das war oh da habe ich mich das nur so mega über drehen aufgeregt doch doch das war voller nie weg ganz sicher ähm das war der falsche weg oder ist hier ein ausgang nein das nicht okay dann muss ich durch das wasser äh das war hier genau ich kann also endlich all die verbotenen ja ohne dass die anderen speer mich sofort anschreien ich kann es kaum erwarten ich kann es kaum erwarten ja kannst du so pop 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 und irgendwo hier muss der ausgang sein da ne ach ne ah hier war wo okay 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 dann sieht das aus wie der ausgang sogar sehr stark gerade yo holt habe ich mich erschrocken ich würde sagen wir machen den cut bis zur nächsten folge und tschüss